Tag schreiten, um mich abschließend noch einmal sehr, sehr herzlich beim Rat der Stadt Hummersbach zu bedanken. So habe ich das in 15 Jahren kennengelernt. In den entscheidenden Momenten fasst dieser Rat immer gute Weise geschlüsselt. Ich darf dann folgende Ehrenbuchkunde verlesen. In Würdigung seiner besonderen Verdienste um die Stadt Hummersbach auf Kultereinem Gebiet wird Herr Groß Anton, der Ehrenring der Stadt Hummersbach, verliehen. Hummersbach, den 5. April 2019, Frank-Helmstein Bürgermeister. Sehr verehrter Herr Anton, ich gratuliere Ihnen ganz herzlich zu dieser hohen Auszeichnung. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen als gute Vereinigungsgesintheit. Und ich freue mich auf unsere weiteren Gemeinschaften. Danke. 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 Danke.